So, Hallöschön, liebe CSGO-Gemeinde, wir sind hier beim Camp David, wir werden jetzt sofort losfahren, ja, denn der nächste Einsatz wartet auf uns, der davor war ziemlich hart gewesen, den werdet ihr leider nicht sehen können, vielleicht irgendwann mal nicht, aber trotzdem, ja, was soll ich sagen, ich geh mal noch, wir waren, davor waren wir mehr Leute gewesen, und 400 Zahlen, und, ah, wenn wir jetzt schon mal grad die Aufnahmen haben, pass mal auf, warte mal, ich geh jetzt mal zu Flo, naja, wir machen Flo, Achtung. Hallo, kannst du mich hören? Ja. Okay, Flo ist noch mit dabei, vorhin waren wir noch, da waren noch Michi und Schmidt dabei, SchmidtTV, der ist ein neuer, neuer Veteran, also ein neuer Schüler bei uns hier, also ein neuer Frischfleisch sozusagen, so, ich warte mal, Flo, ich will kurz noch mal den Intelligenz-Test machen für die Trolle, ja, ich würde es gerne mal auf Video haben, Moment, doch, komm schon, Mann, mach nicht so, sei nicht so zickig, Mann. Ja, bei Intelligenz-Test, da falle ich doch immer durch. Nein, warte mal, lass mich, mach erst mal eine Einladung, hast du noch eine Einladung? Hier ist eine. Äh, ja, ich hab dich eingeladen. Okay, warte, 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 ich denke, warte. Ich warte. Okay, so, hast du die Gruppe zugemacht? Wahrscheinlich nicht. Okay, also, hier der Test, also, was auch, für die Trolle jetzt, ja, hier der Intelligenz-Test, so, die meisten kennen den Test schon, aber lieber, wer es noch nicht kennt, ja, für die neuen Trolle. Achtung, hier ist mein Intelligenz-Test, so. Darf ich auch antworten? Noch nicht, ich muss erst mal anfangen. So, für die Trolle, merkt euch jetzt mal einen Finger, ja, merkt euch mal jetzt einen Finger, so, ich warte noch einen Augenblick, weil bei Trolle dauert es ja mal ein bisschen länger, bis sie das verstehen. Also, ihr müsst euch einen Finger aussuchen, merkt euch mal jetzt einen Finger, okay? Habt ihr alle Trolle? Ich lasse mir extra ein bisschen Zeit für euch. So, okay, Achtung, also, ihr habt euch den Finger jetzt gemerkt, ja, Achtung, jetzt aufpassen, ich mische jetzt mal, wo ist der Finger jetzt? Na, ich hoffe, ihr habt es herausgefunden, ja? Ist ein bisschen schwierig, das Rätsel, aber, wie gesagt, man muss halt, muss halt ein bisschen Übung haben. Schande, warte mal, warte mal. Sarah Winter, hey, gepfeif hier, komm, gepfeif, tsch, und hier, Chris, gepfeif hier, tsch, und dann, ja, gips. Kommt so komisch, wenn man das erst hört und dann verzögert, im Stream sieht, ne? Meinst du, mit dem Pfeif hier, gepfeif oder was? Ne, das mit den Fingern. Ach so, ne, ne. Ja, es ist gut, es ist gut, ja. Okay, Mann. Okay, Flo, was wollen wir denn spielen? Worauf hast du denn Bock? Nein, nein. Ne, sag mal ruhig, sag mal ruhig. Ich hab jetzt einfach mal Mirage, Cobblestone, Overpass, Entferne und das 2 reingemacht. Ja, lass einfach machen. Was wurde es, was wird kommen? Ich hoffe ja, das 2, weil ich hab sie lange nicht mehr gespielt und hätte mal wieder Lust drauf. Okay, ich vote mal auf Mirage. Ich vote mal auf Mirage, okay? Mirage bin ich auch zufrieden, da hab ich oft jetzt in letzter Zeit drauf gespielt. Sarah fragt, warum kein Cash? Weil Brieftasche alle. Weil Brieftasche alle und dann kein Cash. Der war witzig, kommt der war witzig. Warte mal. Warum kein Cash? Weil Brieftasche alle. Ja, und weil wir Cash gerade gespielt haben, das Geld ist einfach jetzt vorbei, das ist weg. Hier für die Zuschauer, für die Leute im Chat, ihr könnt mal voten, was kommt. Und was wird kommen? Ich spuck gleich nochmal, nochmal spuck ich nochmal mit meinem Baum auf die Tastatur, ich sehe es schon noch kaum. Chris, wann ist es eigentlich soweit mit Public Viewing bei dir? Wer ist Chris? Mit Public Viewing Cosi, ja Chris Köln. Was heißt Public Viewing? Was, was? Ja, also wir gucken, wir gehen alle zu Chris und gucken Cosi. Achso, Public Viewing, do yourself in your face mode, that's alright man. Also Sarah sagt zum Beispiel Mirage, Auro Raster sagt Inferno? Auro Raster? Auro Raster, Auro Raster vielleicht oder so. Oder Hagebuto sagt das Zwei. Das ist dann. Gimmi Hopp, Giovanna Gimmi Hopp, Giovanna Gimmi Hopp, Giovanna for the morning come. Bevor wir morgen kommen, das Spiel wiederholen. Übersetzt euch das mal, also der singt Gimmi Hopp, Giovanna Gimmi Hopp, Giovanna for the morning come. Das heißt übersetzt, Giovanna, komm noch bei mir Hopper, Hopper weiter machen, bevor der Morgen kommt. Ja, also Giovanna soll bei dem, bevor der Morgen kommt, Hopper weiter machen. Ja, das ist ein sehr erotisches Lied, nicht? Gimmi Hopp, Giovanna Gimmi Hopp, Giovanna Gimmi Hopp, Giovanna for the morning come. Verstehst du? Ja, man muss halt Englisch können. Warum spiel Flo nicht mit? Ja, Flo, warum spielst du nicht mit? Hier, Danny Shane. Spiel doch mit. Das ist schwierig. Ich weiß auch schon, Autostar. Autostar, auch nicht schlecht. Ne, da steht ja nicht Auto. Auro, Auro Raster. Auro Raster. Auro Raster. Auro Raster, sag ich doch mal. Ja, Aurora. Das, oder die Auroren von Harry Potter. Ach, echt jetzt? Ja, da gibt's die Auroren. Das waren eine Gruppe von Magiern, die halt... Hier, deine Karte ist gekommen. Oh, go. Ich hoffe, ich würde das Game jetzt besser, Digga. Digga. Jetzt kommen die Veteranen. Jetzt spielen wir wahrscheinlich wieder gegen Globals. Globals Smurf Spieler. Ja, ich smurf' ja auch. Du ja auch. Ja, das ist alles Smurf-Spieler hier. Wir sind sowas von Smurf-Firmen, wir sind die Smurf-Ader-Nation. Grenade! Äh, natürlich war ich nicht Karneval. Ah, Panettaipio! Karneval, Karneval. Oh, Pannou. Loh. Halleluja! Halleluja! Alter, Cosi! Ja, bitte? Cosi, lass mir was von der Aufwärm-Frax, bitte. Ich möchte auch Kills. Ja, ich bin hier. Dankeschön. Wofür brauchst du, brauchst keiner meinen, du brauchst, du brauchst das alles nicht. Ich brauch das, damit ich mich, äh, wohlfühlen kann. Oh, ich hab ein Namens-Fitter. Scheiße, das ist doch... Er ist hängst mir. Say's me? Say's me, say you. Ich kann warten, yo. Und du hack mein Mann. Und... Oh, Digga. Die AWP-Legende, HMF, ist wieder da. Warte mal, Zorik. Zorik wirkt komisch. Na, hat schon fünf Kills. Mit Zorik haben wir, glaube ich, ein Problem. Warum? Na, ist schon wieder nicht koscher, der Junge. Ja, aber ich hab auch fünf Kills. Ja, und? Ich hab auch fünf Kills. Ja, siehste. Es geht darum, wie der mich gerade getötet hat. Er guckt um die Ecke mit einem... Dechs Kills. Nein, es geht darum, wie er mich getötet hat. Mit einem Kill hat er mich außer das Gefecht gesetzt. Mann, hör mal auf, mich immer zu killen, dieser Zorik. Vor allem mit einem Kill hat er mich gekillt. Mit einem Kill hat er mich gekillt. Voll der Killerkille. Ich brauch Kohle. Wo ist meine Kohle? Okay, gib mir irgendwas. Gib mir irgendwas. Womit ich... Aber geh weg. Ich bin jetzt los hier, Alter. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich hab Termin. So, jetzt hab ich sieben Kills. So, wo gehen wir hin? B-Brush, oder? Flo, hallo. It's Gobi. Ja, können wir machen. Hallo, Drohli, Angie. Äh, und Chris, ich weiß noch nicht, ob ich in Köln unterwegs bin. Je nachdem, was Freunde machen und alles drum und dran. Kann sein. Window, window, window. Window down. One more window. Ganz ruhig, Kosi. Door, an der Door, Kosi. Lade. Playtime, playtime. Ah, schaffen die... Ja, ich glaube, schaffen die noch. Wow. Klapsmühle starten und dann in Venus, ey, ja, let's go. Konzentriere dich hier, Flo, Mann. Ich konzentriere mich, ich war tot. Scheiße, Mann. Äh, wir können zwei A-Splits. Maybe three long, two short. Wo gehen wir hin? Ich gehe long. Ich gehe auf A. Ich gehe mit auf A, okay? Ja, genau, short einfach. Ja, okay, ich gehe alleine lang. All long. Pit one, pit pit pit. Eh, care too long. Ja, genau. Na, hab ja, wusste, dieser Zorik es wieder nicht knorke. Hat jetzt schon vier Kills, na, das ist wieder unser, unser Mann, na. Ganz ruhig. One more echo and next round we're over. Nein, Flo, meistens merke ich ja, wie ich sterbe. Verstehst du, wenn ich sterbe ohne zu zucken, dann stimmt immer was nicht. Dann stimmt immer irgendwas nicht. Und das sieht man dann auch, wie die, die, was, wenn die Typen dann plötzlich so 30, 40 Kills haben. Ja, aber die hatten ja gerade Waffen und wir nicht. So, ja, nur unsere Person. Nein, ich sehe doch, wie ich sterbe, verstehst du? Ich sehe dann, die Global, von den Global Typen, die schießen ja ein Headshot und bist da weg. Na, maybe Scalum, wie. Scheiße, komm zurück. Sag mal, wo ist denn die Scheißgranate hingefliegt, Alter? Dort ist leer. A-Side, clear. A-Side, clear. Ne, warte mal, ist die besser, wie die meine? Weiß ich nicht. Ja, es ist wieder einer dieser Tage. Es ist wieder einer dieser Tage. Wie viel Energie, dich darüber aufzuregen, dass die Gegner besser sind. Nein, warum sind die uns? Das klingt doch nah. Hast recht an dir. Hast, du hast recht an dir. Ob ich mich aufrege oder nicht, bringt ja nichts. Ich bin in dem Game drinne, ob da nun Cheater sind oder Smurfspieler, ich kann es ja nicht ändern. Ich bin ja in dem Game... Einfach einfach spielen. Die einzige Möglichkeit ist, rauszugehen und eine Strafe zu kassieren. Ist natürlich dann auch blöd. Also ich kann ja... Also ich kann es dann sowieso nicht ändern. Also muss ich das Beste draus machen, theoretisch. Meckern bringt ja nichts. Ich bin ja in dem Game drin und kann nichts machen, also muss ich das Beste draus machen. Ich bin ja in dem Game drin, ich bin ja in dem Game drin, ich bin ja in dem Game drin. Ich bin ja in dem Game drin, ich bin ein Problem. Cool... Gehtanlة... Werdzeit. Countdown... Good Job. Siehste jetzt haben wir Waffen. Jetzt müssen wir die Runden auch holen. loadedergutel... Wo gehen wir da hin? Ich gehe lang. Gehen wir B wieder? Ja, ich gehe A lang. Jetzt haben sie uns schon gesehen. Jetzt haben sie uns schon Mitte gesehen. Jetzt. Wie sieht es aus bei Alan? Ja, Kosi. Ja, komm her. Ist noch geplantet, oder? Ja. Das ist mein Herz ins Spiel. Gehen wir wieder A lang? One B, one B, one B, one B. Only one B. Man, ich habe zu tief geschossen. Jetzt habe ich zu tief geschossen. Ich glaube, ich habe genau zwischen den Beinen durchgeschossen, Mann. Ja, wir machen ja Ranking. Und mit. Mit, mit, mit. Ach, schade, Mann. Okay. Er hat bestimmt ein Beschaffungsgitter, aber das schafft er locker. Ja, das schafft er auch ohne. Ja. Barde. Wo gehen wir hin? Wollen wir mal B überspringen? Ja, let's go B. Obken, pick maybe mit. Okay, die gehen nicht. Ja, wir können trotzdem bei B. Wie viel B? Ich gehe short zu A. Es waren drei B, ne? Wo ist es drei B? One is mid. What is maybe B too? I planter, blue. Planter, please. Okay, check. Happy night and happy day. Warte, ich wollte noch eine Ava aufnehmen. Ich wollte noch eine Ava mitbringen können. Alles gut, wir haben Geld. Wir haben Geld ohne Ende, Alter. Wir haben Geld ohne Ende. Wo gehen wir? Ein B? Weiß es nicht. Ah, wieder A. Das klappt halt gerade so gut. Naja, musst du mal, wenn es klappt, dann klappt es halt nicht. Und immer. Oblong, oblong. Dong und long. Ah, und der kommt da jetzt. Äh, copy. Fünf. Vier. Drei. Wo ist der jetzt über Kontakt? Äh, A. Kontakt. B ist frei. Bitte ist auch nichts. Der hat wohl geplanted bei A. B, 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 B. Good job. Also halt, so, die erste Runde haben die gewonnen. Dadurch hatten die halt die ersten Runden besser. Aber dadurch, dass wir dann Waffen hatten, war es dann einfacher für uns. Äh, Kose, kannst du ihn mit einer Karte kaufen? Na, ich hab meine gerade. Ne, das ist ja schlecht. Ne, ne, ist okay, ne, ist okay, ist okay. Wenn du jetzt meine wegschmeißer? Ja, er droppt schon, er droppt schon. 2, 1, B, 2, 1, B, 1. Ach, maaann. Scheiße, Mann. So, vielleicht. Immer so sinnlos zu sterben. Ich hasse es, sinnlos zu sterben. Ey, du, die hat gerade jemand mein Mauspad als, 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 der hat gerade mein Mauspad als, 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 als M1, als M4 da gehabt. Das ist immer so traurig, wenn man so, so sinnlos stirbt, ey, das kotzt mich immer so an. Er plantet genau in der Mitte. Er plantet genau in der Mitte. Man, 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 man. Jetzt hab ich die Bombe wieder. Oh, das ist halt immer so schwiri... Okay, loi. Let's go long. Wo gehen wir in? Wieder wehen? Ich flash you out. Okay, gehen wir mal. Flashen. 3, 2, 1, flashen. 4, 2, 1, flashen. 4, 2, 1, flashen. 1 auf der Seite 1 auf der Seite 1 auf der Seite hinter der Box Ich habe ihn gerade im Visier gehaft Ahhhh Ich habe ihn gerade im Visier gehaft Das ist ein schwieriges Game Ich habe noch nichts so richtig Leistung gebracht Meine Mami würde mit mir schimpfen Das ist jetzt gar schlecht Ich habe hier gerade meine Waffe Wir sollten nach B gehen Können wir den Leuten klar machen Wir sind auf A nicht gut Wollte ich nochmal so sagen Wir sind auf A nicht gut Wollte ich nochmal so sagen Und zwar gar nicht gut Also wir sind nicht nur gut Wir sind gar nicht gut Ich habe den Zorex getötet Sehr gut, sehr gut Cosima Oh, nicht schlecht Ich habe den Zorex getötet Das war ihr bester Mann Jetzt ist der nicht mehr da Hololololo Er hat so abgelost Ging meine Auge Ich habe den Zorex getötet Ja, lass uns gehen Lass uns bereit zum Rumble Was hast du für einen Rang? Ich weiß es nicht Mein Rang Mein Rang ist Global Elite Ich habe einen Flasch Ja, Flash Sorry mate Angriff Angriff Planting für Tunnels Bad Position, sorry Tunnels links den habe ich es gegeben den habe ich eine gekleben in your face hat er sich gar nicht gedacht dass ich ihn schlagen kann habe ich beide gekillt wieder bekommen wir wir sollten wieder wählen wir sollten wieder begehen das hat gut funktioniert to be or not maybe lower tunnels und smog der wird wieder oben sein der wird wieder und mann am windows oder wir kriegen da hin und maybe one car und ich habe mich wo der die smoke in geschmissen hat ich habe mich wo der die habe ich noch was umschmeißen ja ich war zu spät geworden zu spät geworden hätte ich mal vorher die brandbombe in den flur reingeworfen dann hätten wir gewonnen hätte ich vorher das reingeworfen hätten wir gewonnen naja manchmal schnelligkeit alles hätte ich mal bloß feuer reingeschmissen dann hätten wir noch gewonnen man aber jetzt wir sollten noch mal beginn wir sollten noch mal beginn wir sollten noch mal beginn wir sind auf b sind die schwachen ich sage auch b sind die schwachen was ist denn jetzt achso wir haben bombe gar nicht gibt wir haben auf b nur gebetet schön dass wir da gebetet haben ach man kose ich wollte mich gerade auf dich stellen gehst du weg auf mit dem scheiß und hast du siehst du ich werde von dem fangst du verstehst ich werde auch noch umgelegt leck mich am arsch ich habe noch gefunden ich habe ihn noch gefunden das darf echt nicht wahr sein ich habe ihn noch gefunden komm geh mal wieder behen anders warum zitter jetzt jedenzeit ich habe den 13 10 einer künft gute erste hälfte 14 10 jetzt habe ich extra smoke gemacht verstehst du ach man jetzt habe ich extra smoke gemacht verstehst du und gestern abend auf der 2 ich kaufe mir nicht mal keine digi ich gehe auf A sondern ich kaufe mir lieber eine smoke damit kann ich mehr bewirken komm mit auf B komm komm mit auf B ich bin aber kein profi auf B wir sind immer zusammen sind wir Profis wenn du das sagst auch mal 10 2 achtung smoke in den tunnel Abomben ним ist unten wie sieht es aus wenn ich noch smoke liebst du hast sagt mir bescheid wenn du tot bist okay gut die runde ging uns wir rüsten weiter wir gehen die ganze zeit b gruppen springen 5 4 3 2 1 5 4 3 2 einer city pass auf einer city nein darum wird meinst du mit einer ist ct er kommt von alpha ct ist ein kleiner wieder geht schon los kontakt 5 4 3 2 1 go ich war nicht weit genug oder wird 2 vb 2 vb kommt tür tür kurze tür da kamen drei türen der kill war ja geil der kill war geil der kill war angriff ok kommen wir kann man die sind nach a gegangen oder komplett natürlich gibt er mir sofort ein headshot die bombe ist da habe ich gar nicht mitbekommen nicht mehr steht da lieber nicht da kann ich von da sehen von der gibt durch die tür gibt den gibt Der ist da. Ich bet. Ich sollte ihn nicht peaken, einfach warte. Okay, jetzt wieder B. Los geht's, Leute. Los geht's, Leute. Los geht's, Leute. Oh, relax mich am Arsch. Und down. So, das war's mal einer. Bestes Platz, save. Es ist 5 versus 3. Ah, Tunnels? Something? Scheiße, Mann! Oh, ist er in der Kiste wirklich? I want to be a car behind the box. Hey, ich könnte mir ein Holzhammer auf den Kopf schlagen, Alter. Wann ist der gerade auf dem Boden lang gekrepelt, oder was? Hey, Digga, danke. Schau dir meine Latte an, Mann. Ohne, Mensch. Stehst du auf Muskeln, ey? Dankeschön, laut. Mutschkeln. Mutschkeln. Ich sehe auf das, was Tansi steht. Was sagst du dazu? Da haben wir beide was gemeinsam, ich und Tansi. So, auf was steht jetzt der Tansi? Wer weiß das? Auf das stehen wir beide, ne? Oh, falsch abgebogen. Äh, eine... Eins auf T-Spawn. Ich warte, der hat nicht damit... Das ist ja ein Bot gewesen. Geil, ich hab den Bot gekillt. Wo? Wo ist geplantet? Auf B? Auf A? Auf A? Okay. Achso, okay. Gegen AK. Ich nehm dir die AK mit, ja? Die Molly haben. Ich geb euch die AK. Du hast nen Scout mitgenommen. Echt jetzt? Toll. Leck mich am Arsch. Scheiße, Pisse, Kacke, Dreck, Mann. So ne Kack, Dreck, Pisse, Mann. Echt jetzt? Die Waffe wickelt ein Schwein, Alter. So ne Dreckskack, Pisse, Mann. Äh, long, maybe. Äh, geh mal auf B drauf. Schaut, schaut. Schaut, schaut. Ah. Wir sind bei A, oder? Naja, höchstwahrscheinlich, Leute. Da stand schon wieder einer auf dem CT, oder? Ey, der macht das jedes Mal. Also wenn sie dazu kommen, da steht einer CT. Auf jeden Fall, müssen wir uns mal merken. Da steht immer CT hier vorne. Da war einer CT. Hab's ja zwar nicht so gesehen, aber ich denk mal. Jedes Mal falle ich auf diese fucking... Da ist nur 5 Rounds left. Was? Ja, schau dir, schau dir. Oh, haha, ich muss dich helfen. Oh scheiße. Boah, hättest du mich getroffen, ne? Ich wär tot gewesen. Ich hab 12 AP. Mitte. Kurse, Mitte, Mitte, Mitte. Ja, Mann. Ein B1. Mann, konntest du das nicht früher sagen? Ich bin gerade am Waffen... Mann, leck mich. Scheiße, Pisse, Kacke. Kacke, 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 Kacke. Nein, aber bindig D. Räumefühl. Mhm. Dankeschön, Dankeschön, Lucky. Was war denn das gerade? Was war denn das gerade? Das war an Lucky? Das war an Kacke, war das. Das war nicht an Lucky, das war an Kacke, war das. Das war genauso Kacke, wie ich gerade gespielt habe, Mann. Das war an Kacke. Tö, mit einer Kühlergranate renne ich jetzt in den Tod. Ich könnte hier glatt auf dem CT spawnen, weißt du was? Ich bleib hier auf dem CT spawnen einfach. Hier, Mann. Pass mal auf. Ich bleib hier einfach auf dem CT spawnen. Du mit. Pass mal auf. Damit rechnet kein Schwein, oder? Wie ist das, sag ich doch. Da hat keiner mit gerechnet. Ob. Ich bin tot, du kannst jetzt kommen. Oh Mann, du Arschkackpisser, du. Du alte Arschkackpisser. Nicht drängeln hier, nicht drängeln, ihr kriegt jeder sein Eis. We are on side. Hellen die Waffen? Wo denn? Ich geb's auf, Alter. Ich hab null Aim. Ich hab null Aim. Was ist denn los, Alter? Was war denn das gerade? Äh, kaum. Was sollte denn das gerade werden? Nein, nein! 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 Gestern Abend auf der 2! Nein! Ey, der kommt halt lower rein. 1 upper tunnels of low HP. Up tunnels to HP. Wollen wir da? Wollen wir da? Kacke. Ich hab extra schon die Position gewechselt. Leck mich am Arsch, Alter. Ich hab aber auch einen Pech, Mann. Wie kann man so viel Pech auf einmal haben? Ich ess gleich meine Röllchen, ja. Ich ess gleich meine Papprolle auf, sag ich dir. Ich ess jetzt gleich meine Papprolle auf. Ich hab mich auf. Bomb hat sich geplant. Die Räste gewinnen. Wo gehen wir hin, Flo? Die Weltabriege Der wartet da jetzt mit seiner Arme Der wartet da jetzt mit seiner Arme Ja, ja, natürlich Verlieren wir die Runde Und nun bin ich noch alleine da Ja, kommen sie zu zweit, oder? Zur dritte war Tja, Flo, los geht's War passiert Aber so an sich kein schlechtes Game Findest du? Schönes Game, ne? Das Game war trotzdem gut, weil 22 Kills Achso, da ist das Game für dich gut, ja? Ja Ich dachte, das Game ist gut, wenn man gewonnen hat eigentlich War über Scheiß auf die Kills, wenn wir nicht, wenn wir verlieren Be pushen Be pushen Be pushen Be pushen Na, das hat man gehört, Alter Ja, danke Komisch Jetzt spielen sie auf einmal wieder schlecht, ja? Ich verstehe nicht ganz die Spiellogik von den Leuten Erst spielen sie auf einmal voll, machen sie voll und fertig Und auf einmal spielen sie wieder schlecht Ich finde es ein bisschen seltsam Deploying Flashbang Läuft da irgendwo einer rum Läuft da irgendwo einer rum Alter, ich wusste es, Alter ich wusste es, Alter ich wusste es Und ich hab den besten von denen gekillt Ihr habt da ne Aave Diesmal Diesmal ist es wirklich ne Aave So Ich hab ihn genudelt Ich hab ihn genudelt Ups Die haben die voll zusammen getroffen, meine Einer ist schon tot, ja? Sehr gut Ich hab ihn genudelt Und wieder Natürlich 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 Ach, natürlich Natürlich, türlich Selbstverständlich Selbstverständlich Ich hab ihn genudelt Ich hab ihn genudelt Ich hab ihn genudelt Cool, er hat wieder den gleichen getötet Der hat wieder den gleichen getötet Unglaublich 5 4 3 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 6 5 5 5 alles kaufen was geht letzte runde cosy natürlich kaufe ich alles alles was geht kollege schon tot ja ich warum bist du tot hätte gefäßt und er war ja da stehe jetzt alle und warten alter du mit er hat alle geholt der letzte er holt ihn jetzt oh nein da stand er an der Tür er muss noch entschärfen schafft er nicht mehr er muss jetzt vorankommen er muss noch entschärfen er muss entschärfen er kann sich nicht so viel Zeit lassen er hätte vorher vorrennen sollen bis zur Tür und dann versuchen mit der Awe und dann entschärfen was für ein Game was für ein Game ich habe sogar auch 13 Kills gemacht was für ein Game schau mal jetzt haben wir zwei Games hintereinander verloren der Downrank der Downrank aber das das gerade war wenigstens ein schönes Game ja das war auf jeden Fall ein spannendes Ding der Downrank ist da schön Gold Nova 3 wieder geworden ich werde demnächst auch wahrscheinlich wieder Silver Elite ich werde auch bald wieder Gold 4 sein also das Problem mich stört es nicht naja ich würde schon gerne Gold Nova 1 werden ja aber kommen wir jetzt schon wieder hoch ja Flo dann würde ich jetzt mal sagen vielen Dank fürs Mitschwimmen ich guck mal vielen Dank für die beiden Games das zweite war ja wenigstens noch wo man sagen konnte es war fair meinst du ja ich will es halt nicht sein auf jeden Fall erstmal danke fürs Mitschwimmen ich gehe jetzt mal raus und guck mal nochmal und dann die Aufnahme okay Digga Jo wir haben uns und Chimidim Chimidim Disconnected Tja lass mal kurz nochmal oder ne ich bern gleich die Aufnahme so das heißt für die YouTube Leute vielen Dank fürs Zuschauen bisschen bisschen traurig man wir hätten fast noch ein bisschen gewonnen vielleicht na man darf nicht so viel meckern man muss sich auf sein Spiel konzentrieren weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten entweder konzentrierst du dich auf dein Spiel oder drei entweder meckerst du konzentrierst du dich auf dein Spiel oder gehst raus mehr Möglichkeiten hast du ja ja nicht also meckern bringt nichts rausgehen ist auch scheiße also bleib dir nur übrig dich auf dein Spiel zu konzentrieren ich muss mir das wahrscheinlich jedes Mal sagen wenn wieder irgendwelche keine Ahnung komischen Menschen da auf der gegnerischen Seite sind dann muss ich mir das jedes Mal sagen Cosi mal denk dran A scheiße B scheiße du musst C machen so auf jeden Fall danke war doch war doch spannend oder also wir können uns jetzt hier schnell ausdrücken bevor ich weine vielleicht nein ich weine jetzt nicht ich habe schon geweint aber ich weine jetzt nein nein ich bin stabil ja also keine Angst ich bin stabil also meine Hände sind voll kalt die sind voll kalt das ist aber keine Entschuldigung dass ich schlecht gespielt habe weil die sind trotzdem voll kalt und ja vielleicht würde ich besser spielen mit warmen Händen naja kann ich jetzt einfach trotzdem also keine Angst ich bin stabil ich weine nicht ich bin stabil wirklich jetzt ernsthaft abgubieren